In der Glitzerwelt des Showbiz und der strahlenden Lichter des Fernsehens hat der deutsche Schlager gewöhnlich leichtes Spiel, doch nicht an diesem Samstagabend, 29. Juni. Florian Silbereisens Schlagerboom im MDR musste sich einer übermächtigen Konkurrenz geschlagen geben, der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Mit einem überragenden Marktanteil von 86,3% bei den klassisch umworbenen Least das runde Lede für andere Sender kaum mehr als Krümel übrig. Der Schlagerboom lockte, mit einem Blick auf die Vergangenheit fast schon melancholisch stimmend, lediglich knapp 120.000 Zuschauer ab drei Jahren an die Bildschirme. Ein Marktanteil von 4,5% zeichnete ein trauriges Bild für die sonst so beliebte Schlagerwelt. Gegen den Fußball schien an diesem Abend kein Kraut gewachsen. Auch RTL 2 sah mit dem Bollywood-Klassiker in guten wie in schweren Tagen und einem Marktanteil von 1,0% kein Land. Selbst ProSieben und Sat.1, die mit Wer stiehlt mir die Show? sowie A Toy Story, Alles hört auf kein Kommando antraten, mussten sich mit Marktanteilen von 0,6 und 0,9% geschlagen geben und lagen damit hinter der indischen Liebesgeschichte. RTL konnte mit einer Wiederholung von Take Me Out XXL sogar nur 0,8% der klassisch umworbenen Begeistern, während Vox mit Pitch Perfect 2 immerhin auf 1,1% kam. Das erste erreichte mit einer Wiederholung von Donner Leon zu Beginn noch 1,4%, fiel dann aber in der zweiten Runde auf 0,4% zurück. Kabel 1 erlebte mit der Serie Clarice Starling nach 22.15 Uhr einen Tiefpunkt und erreichte lediglich 0,2% der jüngeren Zuschauer. Klares Fazit, wenn Deutschland spiel, bleibt für andere Genres wenig Raum.